Was müssen dein perfekter Doppelgänger eigentlich drauf haben? Blöde Frage. Der perfekte Doppelgänger kann perfekt lesen, schreiben und rechnen. Außerdem verfügt er über eine ausgezeichnete Auffassungsgabe. Du bist überhaupt gar nicht dran. Und ein hervorragendes Gedächtnis. Er ist konzentriert, ehrgeizig und diszipliniert. Er ist der Traum aller Eltern und Lehrer. Und das Gegenteil von so einem Versager. Ich wünsche euch nie so einen. Guckt lieber. Unheimlich perfekte Freunde. Aua. Der Spießer kommt erst wieder raus, wenn der Film läuft. Unheimlich perfekte Freunde. Ab 4. April in deinem Kino.